Erstmal, oh Gott sind die süß. Erstmal müssen hier die Katzen hinterher kommen. Wo ist mein Vogel jetzt? Da. Ne. Wo ist jetzt mein Vogel? Da hinten. Am Zaun. Ah, ist das ein Spacko, ey. Ich hole ihn. Hast du ihn auf Folgen gepfiffen? Ich habe die Katze auf Folgen gepfiffen. Teufelchen. Achso. Jetzt geht deine Katze da in den Käfig rein. Und auf Stopp pfeifen. Ah, er ist rausgekommen. War wunderbar. Oh, ist das anstrengend. Und wenn wir drüben an Land sind, dann können wir von mir aus gerne auf den Katzen. Vielleicht ist es wirklich besser, auf den Vögeln zu bleiben. Weil es durchaus sein kann, dass die Katzen bzw. die Vögel einem so dicht auffliegen, dass man nichts mehr vernünftig tun kann. Oh nein, er fliegt langsam wegen dem Wasser, ne? Oh, guck mal, wie süß die schwimmen. Oh nein. Oh nein. Bin ich vom Greifen runter. Oh, da vorne ist Kacke am Dampfen. Müssen wir drum rum. Habe ich meine Katze auf Passiv oder auf Angriff gestellt? Ich weiß es nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da drüben nicht intervenieren sollen. Moment, ich pfeife Teufelchen mal hier auf, stehen bleiben. Ja. Ich kann gerade nicht von mir schurbeln, weil der fliegt mir dann wieder um die Ohren. Ja. Warte mal. So, Kralle, die bleibt bitte stehen. Oh, er hat's kapiert. Ich guck mal in meine Meads rein, ich stell die mal auf Passiv. Oder auf, ne, Passiv ist mir lieber, dann greife ich lieber ein. Alles tot? Der Erste ist tot. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich bin zu... Oh, 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 oh. okay über wasser kämpfen ist schwierig bleibt da müssen wir halt langsam sein da sind hässliche fische wobei ich würde schon gerne einmal probieren ob man die nicht doch hochheben kann jetzt wo sie vielleicht getamed sind oder wird ihm schon angegriffen ja ich kann ihn nicht greifen wir probieren ob es ich kann mit goldschnabel weil der ist um einiges stärker nein ne gut dann einfach kurzen weg suchen und dann rüber da ähm hier gerade links ja aber nicht schnell fliegen langsam weil sonst kommen die jetzt nicht hinterher ähm was ist das da vorne ein longhorn in der luft ist ein rock oder die longhorns kämpfen mit irgendwas na dann lass einmischen was kämpfen die denn da oh dauert das bis die katzen kommen äh kannst du nochmal bitte hoch fliegen danke die passt schon ich hab nur versucht an dir vorbeizukommen jetzt fliegst du ja wieder in mich rein sag mal ja der wendekreis ist gigantisch ähm da schwimmt auch ein häschen ja das ist äh oder ein fisch schauen wir mal ob sie hier hoch kommen ne ne doch deiner ja meiner nein ach wieso kam einer jetzt noch nicht rauf so komm kommt er geh nochmal ein stückchen weiter vor ich krieg hier langsam die kotze im hals bleib mal ein bisschen weiter vorne nicht so dicht an der klippe dran da hinten sind wölfe ganz viele okay die sollten hier weg ähm ja dann bleib du hier und pass auf äh teufelchen und fliegs auf er kommt hoch fast ja ja ähm wie komm ich hier jetzt weg ohne dass ich jetzt hier runter falle und ihn runter lasse fliegen ja nein 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 er sei ja nicht wieder runter ja alles da ist ein bagisch vor mir noch einer das mal bloß versuchen von den ganzen viechern weg zu bleiben wenn es geht oh oh hinter uns sind die wölfe weg da hinten sind auch wölfe so die frage ist jetzt nur rechts rum oder links rum rechts rum da ist ein weg hoch da sind ganz viele wölfe das schaut für mich mehr aus wie wildschweine ne wenn das wenn es bei mir so blau leuchtet dann sind es bei mir leuchten die wölfe immer erst blau wegen meiner grafik einstellung weiter ach ein drama was ist jetzt was ist jetzt was ist jetzt nichts nichts ist es ist einfach nur allgemein ein drama so war deine idee mit den labern ja ja ändert nichts daran dass es ein drama ist ne ne krampus oh nein die katzen sind schnell also man kann durchaus hier in land gas geben da ja hier sind wir oh ähm welcher ist dann wer da Lass ihn ins Dorf locken. Lass sich dann die Katzen einmischen, ne? Oh, ach nee, ja stimmt, das ist schlecht. Ich sehe ihn halt nicht. Ja, er ist gleich down. Okay. Oh, ich habe ihm den letzten Kick gegeben. Ich muss übrigens einmal landen. So, können wir weiter? Ich laufe jetzt. Denigen Römer, der spielt. Ist meine Katze noch da? Ja. Das ist nur ein Brock. Das ist nur ein Brock. Das ist nur ein Brock. Ich höre hier etwas, was nicht so klingt Es ist schön, dass sie jetzt einfach runterfallen Wo ist meine Katze? Stefan? Hier unten Ja, ich möchte die ersten Achtung... Ja, okay, gut Weißt du, was ich jetzt mache? Nö Ich parke den Vogel hier oben und bringe die Katze erstmal ins Haus Dann kann ich den Vogel wegbringen Nö, ich mache das anders Warum folgst du denn jetzt? Dann komm mit runter Das muss auch bescheuert für die Einwohner hier aussehen Da kommt eine Olle auf den Greif mit einem Lover-Tiger hinterher Okay Was kann ich für dich? Gott sei Dank ist das Stück zu Hause, Alter. So. Dann an der Stelle ganz, ganz lieben Dank an Kappi, dass ich mir dein Vogelhub ausleihen kann. Hat er keine Wahl, Nein zu sagen, ne? Ja, das heißt aber nicht, dass ich mich nicht trotzdem bedanken musste. Er hat uns auf jeden Fall treue Dienste geleistet. Ja. So. Bist du gerade hierher gekommen? Ja. Warum, Stefan? Ja? Warum rennt meine Katze immer weg? Hast du meine Katze gerade gepfiffen? Nein, ich habe deine Katze nicht gerade weggepfiffen, sondern ich habe deine Katze, Kapis Vogel, auch stopp gepfiffen. Ja, aber meine Katze hat wieder reagiert. Ja, deine Katze wird vermutlich auf deinen Vogel reagieren, weil sie deinem Vogel folgt. Oh, wie soll ich das denn jetzt wieder weg? Erst auf dich folgen, äh, pfeifen und dann auf stopp pfeifen. Oh, Mann, ich komme nicht mehr ran. Wo ist er denn? Neben dem Haus. Gut, du hast alles im Griff? Weiß ich noch nicht, sehe ich gleich. Ich muss jetzt erstmal... Also, das mit den Tieren und den Befehlen finde ich immer eine ganz große Katastrophe. Ja, und trotzdem muss man rausfinden, weil es, äh, lebenswichtig, lebensrettend sein kann für die Tierchen, dass man sie richtig pfeift. Ja. Oh, Gott, ich muss jetzt erstmal die Tiere leer machen. Das ist ja... Tja, was hast du denn jetzt hier eigentlich alles geladen? Du hast massenweise Fleisch geladen, okay. Was fehlt denn da? Da fehlt der normale Zauber, der normale Schwertzauber, Mann. Was brauche ich für den denn? So, ich komme Teufelchen mal rüber. Irgendwie gefällt mir die Animation beim Laufen. Wird ein Panther allerdings besser, weil, äh, der bleibt nicht jedes Mal über dem Boden schlittern, wenn er, äh, frisst. Oder er frisst nicht so oft, habe ich das Gefühl. Das ist auf jeden Fall... Momentan ist... Teufelchen ein klein bisschen seltsam noch. Er ist noch gewöhnungsbedürftig. Ich brauche noch Scherben, ich kann sonst meine Sachen nicht reparieren. So... Schwierig! Ich könnte das mal in der Unterhose rumzurennen hier. Alter Schwede! Ja, nein, war auch wieder falsch. Ich wollte hier einiges an Fleisch vor allem wieder rausnehmen und drüben in den Trog einlegen. So, hier kann auch noch ein bisschen was rein. Das kann da zum Beispiel rein und das kann da rein. Bisschen, bisschen noch aufräumen und dann hätten wir es auch. Ich muss dann auch langsam zuschauen, dass ich wieder Feierabend mache. So. Ähm... Ich brauche so dringend noch Scherben, ey. So, dann gar noch... Vollstatter da und das da... Hose. So. Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich werde mich jetzt verabschieden. Wie gesagt, den Absturz schneide ich irgendwo mit dran. Verabschieden? Ja, genau. Verabschieden und... Die Folgen, die abgeschmiert ist, die schneide ich zusammen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch hier einschaltet, hier bei Dark and Light. Und dann auch wieder Teil mit Hose. Teil hat ja schon wieder eine Hose. Zieh mal einer, guck. Okay, also. Bis dann. Tschüss. Naja. Tschüss, Mann. Wow.